Hallo Fußballfreunde und herzlich willkommen zu den aktuellen Transfer-News aus der Bundesliga. Und dort geht es mal wieder um Cristiano Ronaldo und den FC Bayern München. Bereits im Sommer gab es ja dort zumindest mal lose Gerüchte, dass man eben ja bei Bayern mit Ronaldo in Verbindung gebracht wird, denn die Lücke nach Lewandowski wurde nicht zwingend 1 zu 1 geschlossen und Ronaldo wollte weg. Jetzt im Winter ist die Ausgangslage nochmal ein Ticken anders. CR7 ist vereinslos und deswegen wurde Oliver Kahn darauf angesprochen, ob denn er der Rekordmeister wieder aktiv werden könnte. Im Gespräch mit Sky Sport könne aber der Vorstandsvorsitzende ausschließen, dass Ronaldo jemals oder eines Tages bei Bayern aktiv sein wird. Wir haben uns, ist ja auch unsere Pflicht, schon einmal damit beschäftigt. Aber wir haben eine klare Idee, eine klare Philosophie, wie unser Kader zusammengebaut sein muss. Wir alle schätzen ihn, da gibt es keine Diskussion. Wir alle lieben Cristiano Ronaldo. Aber das ist etwas, was nicht in unsere Idee passt, macht Oliver Kahn nochmal ganz klar deutlich. Mittlerweile ist natürlich auch logisch, dass Eric Maxim Chubomuting seine Sache ja sehr, sehr gut macht, deswegen auch eine Vertragsverlängerung möglich ist. Somit wäre sicherlich alles andere als ein Ronaldo-Deal mehr als verwunderlich gewesen. Und deswegen macht natürlich auch die Aussagen von Oliver Kahn mehr als Sinn. Sprich, Cristiano Ronaldo zu Bayern wird auch jetzt nicht passieren. Und ich glaube, es weiß auch jeder, dass das auch möglicherweise gar nicht mehr wirklich Sinn machen würde. Eure Meinung dazu mal gerne in die Kommentare. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht es gut, ciao und bleibt am Ball.